Gut, liebe Leute, es geht wieder weiter mit Disney Speedstorm und zwar, wir haben nicht mehr lang, hier 37 Minuten haben wir Zeit, dass wir die Dailies noch fertig machen, ich war heute noch nicht so fleißig, ja Verteidiger, okay, Grindpipes, das kommt eh von allein, das heißt Verteidiger müssen wir machen. So, aber zuerst mal hole ich mir das Gratis Item hier und ich weiß nicht, ob ich die Gratis Kiste auch noch hier holen kann, hier fehlen nur noch 3, hier fehlen auch nur noch 8, meine Güte, ich habe auch nicht mehr so viele Saison Münzen, ich hole sie mir aber trotzdem, weil es halt echt nicht mehr viele sind, da hole ich mir die, wie schaut es mit Jafar aus, auch nur nach 18. Na gut, den brauchen wir aber jetzt nicht unbedingt, aber hier die Dinger, wenn wir nicht mehr so viele brauchen, dann hole ich mir die ganz gerne. So, Kiste, genau, Gratis Kiste, schauen wir mal. Echt, oha, herzlichen Glückwunsch und das habe ich verpasst, ey du, ich habe nichts Besonderes geplant oder so gehabt, zu meinem 8-jährigen Jubiläum hier, ich habe das tatsächlich verpennt, also ja, 8 Jahre Schnitzel Imperator, Schnitzel Imperium, ich habe es tatsächlich verpennt. Schande über mich, mir ist das auch erst gestern oder so eingefallen, dass wir eigentlich Jubiläum hatten, mehr oder weniger. So, das können wir einfordern. Aber ich habe auch die letzten Jahre nicht wirklich viel gemacht, deswegen, vielleicht machen wir beim 10-Jährigen irgendwas Besonderes. Schauen wir mal. Ist jetzt nichts, nichts Tragisches oder so. Ist halt so ein bisschen wie Geburtstag. Feier ich auch nicht wirklich, außer die Runden. Die Runden Geburtstage. So, was haben wir hier, wieder Agrabar Cup, ja, ein neuer Agrabar Cup. Ich habe in letzter Zeit halt viel um die Ohren, ja, alles gut, du. So läuft das Leben, ne. Einmal ein bisschen stressiger, dann hat man wieder ein bisschen mehr Zeit. Das ist, das ist, das ist live, ne. Da muss man dann halt Prioritäten setzen. Also alles gut, Joel. Alles gut, alles gut. So. Hm. Womit fangen wir denn an? Ich fange an mit den Kisten hier. Vor allem, wenn wir E-Verteidiger spielen müssen. Da bietet sich Genie an. Oh, Roland! Hey, Roland, danke dir. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Und hier auch schon 63. Schnitzel-Level 63. Wahnsinn. Gestern auch schon hier mit Ropsom. Wenn auch irgendwas mit 60 gehabt. Wahnsinn. Das ist jetzt crazy. Crazy, crazy. Geburtstag feiere ich auch nicht wirklich. Ich glaube, den letzten, den ich gefeiert habe, war mein 13. Ja, gut. Huch, was denn da passiert? Wir brauchen Rückwärts-Fertigkeiten. Das ist mit Genie ganz gut, weil der relativ viele Items kriegt. Kannst nicht schlafen, Roland, oder was? Du hast ja vorhin gesagt, dass du schlafen gehst, gell? Nein, 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 nein. Mirab, 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 mirab. Ringer hat kurz schwach geworden. Achso, okay. Geh schon wieder schlafen, alles klar, wieder nachschlafen, gut bis morgen. So, was fehlt mir jetzt noch? Noch alles, okay. Aber, das mit dem Verteidiger kriegen wir und alles gut. Das ist gut. Da, 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 da. Da, 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 da. Ist das eigentlich ein Online-Game? Ja. Jetzt gerade, also den Modus, den ich gerade spiele, der ist nicht online, aber hauptsächlich spielt man da eigentlich schon online, ja. Was heißt hauptsächlich? Wenn man will, kann man online spielen. Das ist so ein Fifty-Fifty-Ding eigentlich. Ich kann auch einmal das. Ja. Hütsch! Ich bin ja mehr der Mario Kart Fan. Ja, das ist ja auch relativ neu. Diesen Speedstorm. Das ist ja eher was Neues. Ich bin auch Mario Kart Fan. Nur weil ich das spiele, heißt das ja nicht, dass ich Mario Kart schlecht finde. Das können wir in einer halben Stunde dann auch nochmal machen. Perfekt. Du hast hier halt mehr zu tun als wie in Mario Kart. Das ist das Coole. Du hast hier so Quests und Missionen und kannst immer wieder neue Sachen freischalten und sowas halt. Das ist halt irgendwie motivierender, würde ich sagen. Es zahlt sich halt immer aus, jeden Tag reinzuschauen, ein paar Rennen zu machen und sowas halt. Ja, ist eh kostenlos. Das kannst, kannst du testen. Gefühlt auf jeder, auf jeder Plattform. PC, Playstation, Xbox. Switch. Demnächst bald auch am Handy. Ja, was haben wir hier Schönes? Mike Lotzkowski. Vor allem mit Mikey. Misus, Servus. Ahoi, Ahoi. Ich mach hier doch wieder leiser. Ich glaub, das passt schon so. So, ich sieh's. Das ist wirklich dein aller, aller Lieblingsspiel. Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht mal mein Hauptgame oder so. Das ist nur meistens das Spiel, womit ich dann... Also, wenn ich den Stream starte, dann spiel ich meistens ein, zwei Stündchen das Spiel und dann wechseln wir eigentlich eh meistens. Es ist nicht mein Hauptgame, aber du erwischst mich anscheinend immer, wenn ich dieses Spiel spiel. Bam, 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 bam. Also, ich mein, was heißt mein, nicht mein Lieblingsspiel? Weil ich spiel's sehr gerne, sonst will ich's nicht jeden Tag spielen. Aber, ja. Meistens halt nur so ein Stündchen. Manchmal nicht mal ein Stündchen. Manchmal auch nur 20 Minuten, dass ich die, die Dailies mach und dann, ja, lege ich's halt wieder weg. Sehr gut. Wann ich mal ne gute, richtig gute Runde da passt's auch noch. Da sind wir fertig. Hier sind wir noch nicht fertig. Das müsste ich noch machen. Oh, verdammt. Da haben wir sechs Tage noch. Dreimal müssten wir das noch machen. Okay. Hast bestimmt schon 200 Stunden drauf. Ja, das schon. Das schon. Aber gut, man muss dazu sagen, ich spiel auch seit Mai. Wenn du jetzt seit einem halben Jahr dieses Spiel täglich spielst, dann, ja, da kommen wir ein paar, kommen wir ein paar Stunden zusammen, ja. Verdammter Jamba. Verdammt! Aber wie gesagt, das ist nicht mein Hauptspiel halt, ne. Meistens spiel ich dann noch ein Spiel viel länger in einem Stream. Aber es ist so ein Spiel, ich find, das kann man halt auch jeden Tag irgendwie spielen. So, das ist, macht, macht Spaß. Ich, ich mag das Game. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass jeden Tag acht Stunden zu zocken. Das ist auf keinen Fall. Aber dafür ist es auch nicht ausgelegt. Finde ich. Ich mein, du kannst, kannst halt online spielen, aber wirklich was haben davon hast du nicht dann, ne. So, weil irgendwann hast du alles und dann, ja, du kannst es so spielen wie Mario Kart halt, ja. Du hast es schon. Ich bin mit Dark Souls 3 durch, ja. Wir haben das letzte Mal, äh, jetzt mit Assassin's Creed Mirage angefangen. Jetzt ist hier der Plan, der Plan sieht so aus, Assassin's Creed Mirage, wenn wir durchspielen, dann kommt die Diablo 4, Season 2. Die werde ich dann auch nochmal durchspielen und dann kommt schon Sekiro und nach Sekiro dann Elden Ring. Aber eigentlich schon eine coole Spielidee mit Disney-Charakteren. Ja, finde ich auch, finde ich auch, ja. Und das Allerwichtigste, es macht Spaß, ne. Es macht halt auch Spaß, das Game. Da werden wir demnächst, naja, demnächst ist es gut, in zwei Wochen, oder? Oder wann kriegen wir Hades? Nein, in einer Woche kriegen wir Hades. Nice. Da können wir das dann machen. Mirage, dann gucke ich mal, dass ich demnächst mal Zeit habe, weil das Spiel muss ich sehen. Im Moment, im Moment sind meine Streaming-Zeiten nicht so perfekt. heute Oh shit, Niklas! Der ist schon schlafen, Niklas. Danke, Niklas. 66! Stark! Im Moment sind meine Streaming-Zeiten eher nachts. Abend, nachts. Will nur checken. Na, na, der schläft schon, glaube ich. Der ist schon weg. So, gut, fangen wir mal an hier. Das heißt, die Dailies sind jetzt fertig. Und in 22 Minuten haben wir neue Dailies. Das können wir dann auch wieder machen. Dschungelbuch und Shang und Stitch. müsste ich. Ah, Flucht der Karibik gibt es auch. Ah, Stitch können wir immer machen. Flucht der Karibik wäre gut. Shang könnte man auch immer machen. Eigentlich Flucht der Karibik. Wobei, dafür gibt es ja auch eigentlich ein Event. Aber fahren wir mal. mit Jack Sparrow oder fahren wir mit Elisabeth. Hey, Moritz. Jawohl, Speedstorm. Und DJ Nemi. Ahoy, ahoy. Joel, es kommt übrigens eh, morgen kommt der erste Teil von Mirage, kommt auf YouTube. Das haben wir schon letztens angefangen. Ich fand den Anfang von Mirage richtig cool, das haben sie echt gut gemacht. Ich glaube nicht, dass das Spiel an Valhalla rankommt, aus meiner Sicht, ich habe ja damals nach Valhalla habe ich so eine Tierlist gemacht, also jetzt würde ich schätzen, dass es eher so A-Tier ist, aber ich habe erst vier Stunden in dem Game, deswegen keine Ahnung, aber es geht so in Richtung A-Tier, vielleicht, mal schauen, mal schauen. Meine Woche ist leider knüppelvoll mit Diensten bis 23 Uhr, kann also immer nur kurz reinschauen, oje, das klingt nicht so schön. Ah, wir haben hier nochmal Flucht der Griebig, zwei Rückwärtsfertigkeiten, ok. Fangen wir nochmal. in Richtung a B-Jخت. in Richtung a B-J in Richtung a B-J in Richtung am in Richtung a B-J in Richtung a B-J mit seinem Ha! Hätte ich gehabt Jamba. Habe ich jetzt Rückwärts Fertigkeiten? Schau mal, ich hoffe doch. Ja, okay, ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. So, hier Dschungelbuch, genau. Da brauchen wir einfach nur Gewinn. Driftbooster, ja gut, kommt alles von allein. Oh Mann. Auf geht's. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, ja. Ja, ne Polish macht great bo Archives Go. Uhhh Gute Frage, Müsens. Weiß auch nicht, woher der Nebel kommt. Sehr gute Frage. Time to get loose. Ich habe von Bumble. Ich habe morgen nochmal angefangen Assassin's Creed 3 zu spielen, das habe ich nämlich damals einfach nur durchgerusht, weil ich dachte, das wäre kacke, aber eigentlich geht das sogar. Ja, das Spiel ist super, Assassin's Creed 3 ist einer meiner Lieblingsteile. Super cool. Einfach benebelt, ja. Die hatten wir aber meistens einmal und dann zum Glück nicht mehr. Jetzt haben wir wieder... Oh, das auch nicht. Nochmal. Oh, das ist ja nervig. Vor allem, man hat auch keine Minimap, das heißt, man weiß nicht, wie viel Abstand man zum zweiten hat. Ob der direkt hinter dir ist, oder... Oh, man. No. Oh, man. Oh, man. Das ist mein Dschungelkürbis. Das ist mein Dschungelkürbis. Ich finde auch Connor aus Assassin's Creed 3 ist einer meiner Lieblingscharaktere. Wenn nicht sogar der Lieblingscharakter von mir. Radon Hagedon. Ah, ich weiß woran es liegt. Weil ich meistens, wenn wir das eine Ziel fertig haben, schalte ich die Schwierigkeitsgrad um. Deswegen gibt es ja immer verschiedene Versionen. Das habe ich diesmal nicht. Das ist so ein bisschen gespalten in der Community. So viele finden ihn irgendwie langweilig, weil er nicht so extrovertiert ist. Aber ich finde das macht ihn irgendwie, genau das macht ihn halt für mich irgendwie interessant. Weil er nicht so ist wie die anderen. Die anderen sind meistens so ultra extrovertiert. und keine Ahnung, meistens irgendwelche Aufreißer und so. Hat man schon zu oft gesehen halt. So, ich sage jetzt mal Ezio und keine Ahnung hier. Ähm, Edward auch so ein bisschen. Okay, er ist ein bisschen. Ich meine, der ist nicht ganz so wie Ezio. Alter, hier auch eher so ein Arroganter am Anfang, ne? Auch sehr arrogant gewesen. Aber bei Alter, hier finde ich die Charakterentwicklung ganz cool. Ja, Ezio, Arno. Genau, voll die Playboys. Connor ist halt ein bisschen ruhiger, ne? Ich weiß nicht, ich mag das. Aber er ist so ein bisschen gespalten. Es gibt viele, die ihn auch mögen. Aber es ist so 50-50, habe ich so das Gefühl. Entweder man mag ihn oder mag ihn nicht, ne? So Ezio, ich meine, Ezio lieben alle. Ich mag ihn auch. Es ist nicht so, dass ich jetzt Ezio nicht mag oder so. Aber ich finde, Ezio ist auch ein saugeiler Charakter halt, ne? Heißt ja nicht, dass ich jetzt Ezio nicht mag. Nur diese Charaktereigenschaft, was ich halt meine, die macht ihn für mich halt besonders, weil es halt, weil man es halt nicht so kennt halt, ne? Das ist sowas eigenes halt. Weil er unterscheidet sich von den anderen halt sehr, ne? Sie ist so nicht der typische, der typische Hero, der typische Held halt, ne? So, machen wir das mit Bill. Ja, bei Ezio war das Ende sehr traurig. In Assassin's Creed Embers. Ja, dieser Animationsfilm, ja, das stimmt. Ich hätte ihm gegönnt, dass er älter wird, ja. Ist ja doch relativ jung gestorben. Ich meine, für die damalige Zeit wird es wahrscheinlich eh, eh das eines der höchsten, äh, also wird er eh einer der ältesten gewesen sein, ne? Für damalige Verhältnisse. Aber ich hätte ihm trotzdem noch ein bisschen, bisschen länger gegönnt zu leben. Ich weiss gar nicht, wie alt war er, 60, 62 oder irgendwie sogar. Ja. 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 bin ich ja damals auf dich gestoßen, vor knapp zwei Jahren. Echt jetzt? Oh, das ist ja cool. Du suchst dich gar nicht. Witzig. Also über YouTube, ne? Bei Connor ist ja auch krass, dass der seinen eigenen Vater töten musste. Ja, ja gut. Ich meine, die haben sich ja nicht wirklich gekannt, ne? So, ich meine, so ein wirklicher Vater war er ja nicht für ihn, ne? Ja. Es gibt so viel hier zu erzählen. Ich glaube, meine Leben ist nicht mehr provinzal. Wir gehen das neue Bank. Zeit, um es zusammenzubringen. All of you are gonna be working for me. Ich weiß auch gar nicht, ob ich heute Assassin's Creed Mirage spiele. Ich glaube, erst morgen am Abend dann. Also morgen, morgen Abend, nachts, je nachdem. Wird wahrscheinlich auch wieder morgen spät. Ich hätte irgendwie Lust auf Nordic Ashes später. Ein bisschen zu zocken. Nordic Ashes ist auch ein sehr, sehr cooles Game. sehr spaßiges Game. Hier zwischendurch. Ja, wobei die ja sogar mal eine Zeit lang zusammengearbeitet haben. Das stimmt, ja. Da hatten sie einen gemeinsamen Feind. Da haben sie sowas wie eine, ja, sowas wie eine Beziehung, waren sie am Aufbauen, kann man sagen, ja. Wobei man sagen muss, ne? Vater Templer, Sohn, Assassine verträgt sich nicht so gut, ne? Das sind halt doch sehr unterschiedliche Ideologien. Das wird die wunderschöne Geschichte machen. Der Nachtbeer, Domi, ist auf dem Weg. Oh, yeah. Hallo, servus. Guten Abend, guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Der Nachtbeer ist unterwegs und betreibt wieder Schabernack und groben Unfug. Alles wunderbar soweit, sehr schön. Freut mich, freut mich. So muss das. Oh, bei mir ist auch alles tutivuti. Dankeschön, dankeschön. Alles super. In den letzten Tagen ein bisschen wieder Schlafprobleme gehabt, aber... Sonsten geht's. Aber das ist sowieso die Geschichte meiner Leben. Mein bester Freund, die Schlafprobleme und ich. Das ist sowieso überhaupt nicht. Aber das ist sowieso. Oh, okay. Frage, zubots. Das Wichtig ist, doch alle. Das ist sowieso. Deiniglaw rausgeschäft. Ich lerne. Diätigewie und ich sperrgg? Die Seite noch in das. Die Sonsten trığ ist sowieso die Schlafprobleme. Die Ukraine ist sowieso das Wunderschönt. Die Sonsten tridian an Erziger die國家, Oha, Bouncer, Big B, hey, 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 hey. Servus, servus und danke für den Raid. Ahoi, ahoi. Django Marocuja, servus. Ahoi, ahoi. Huch, ich sehe nichts. Oh, dankeschön, Django. Willkommen beim Imperium. Vielen lieben Dank. Irgendwie funktioniert das bei mir gerade nicht. Ich sehe meine Events, mein Eventlog nicht. Verdammt. Höchst skandalös ist das. Okay, das buggt gerade ein bisschen. Okay. Ansu, servus. Ahoi, ahoi. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Was gab's denn bei dir schönes, Big Bouncer? Was hast du schönes gespielt? Fortnite. Hast du Fortnite gespielt, Big B? Ork. Ich glaube, das hast du letztes Mal eh auch schon gesagt. E-Lec, servus. Ein Hamburger Schnitzel, bitte. Kommt sofort. Hast du auch Veggie-Schnitzel? Na klar, alles. Wir haben alles hier. Kommt sofort. Ach, mit den richtigen Leuten macht das voll Spaß. Ja, kann eh sein. Also, ja. Ich hab früher auch Fortnite gespielt. Aber diesen PvE-Modus. Danke an den Veggie. Okay, kommt per Post. Kommt per Post. Ich mein, du spielst ja grundsätzlich eh viele Shooter, gell? So, von dem her passt das ja eh mit Fortnite, gell? Ich versuche mein Bestes. Das ist für dich, Phil. Ich kann das Rennen mit meinen Eißen. Ich hoffe, Philippe nicht zelbst. Ich hab den, den falschen Charakter. Ich hab den falschen Charakter, verdammt. Jägerschnitzel, kommt auch gleich. Hallo. Muss streamen, Wasser loswerden. Bin gleich wieder da. Alles klar, alles klar. Bis gleich. Ja, fahren wir jetzt mit Jack Sparrow. Wo ist er? Wo ist er? Ah ja, mein, mein Screwmitglied. Wo haben wir den? Ähm. Immer höchst Tempo. Lord Cutler Beckett. Jawohl. Ja, die letzten beiden Tage Migräne gehabt, heute mit der Kanzel aufgehört. Oh, das klingt nicht gut. Hallo. Migräne ist ätzend. Ja, mein Kopfschmerzen sind so bach. Einfach bach. Für mein Schlaf, mein Schlaf und ich sind auch wie Feuer und Wasser. So ist das, ne? Kann man nichts machen. Haben wir aufgrund deines Streams auch mal Speedstorm auf die Switch geladen? Oh, viel Spaß, viel Spaß. Viel Spaß damit. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Game für Zwischendurch. Wenn man es jetzt nicht unbedingt competitive spielen will, dann hat man auch sehr viel Spaß als Anfänger. Willkommen. Willkommen. Für Stallion. Für Stallion zwischendurch echt nice. Ja, auf jeden Fall. Also ich spiele es ja auch jetzt seit 9, ne? So. Und ja, das variiert halt von 15 Minuten pro Tag bis zu ein, zwei Stunden manchmal, ne? Gibt immer irgendwas zu tun. Man kann es auch Koop spielen, Joel, ja. Man kann es auch Koop spielen. So, wieder da. Ja, PUBG zog ich immer noch. Das sind aber tatsächlich die einzigen zwei Shooter, die ich spiele, denke ich. Oh, okay, okay. Aber wie du schon gesagt hast, ne? Mit den richtigen Leuten macht ja im Grunde alles Spaß, ne? Jo! Django, danke dir! Vielen lieben Dank für 50 Brösel! Dankeschön, Dankeschön! Jo! Äh, Big B, hast du hier auch schon? Was ist ja gemeint, du schaust dir, äh, ähm, das Beatstorm auch mal an, ne? Bist du schon dazu gekommen, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaub, du hast das gesagt, gell? Dass du dir das mal anschauen willst. Aber wahrscheinlich hast du das gleiche Problem wie ich. Dass du einfach zu viele Games hast, ne? Die du zocken willst. Man kennt's. So in der heutigen Zeit, ne? Es gibt einfach so viele, äh, so viele coole Games. Aber ich hab tatsächlich hier auch, äh, mit Dark Souls, bin ich jetzt fertig. Haben wir's geschafft, letztes Mal schon, äh, hier, Assassin's Creed Mirage angefangen. Gestern ein wenig gespielt, so ein Stündler oder so. War spaßig, ja, nice! Nice, nice. Wann halt, äh, die Einführungsrunden, äh, mit Mickey Maus, ja? Äh, äh, das Tutorial. Das Coole an dem Game ist, dass die Runden auch nicht so lange dauern, ne? So am Anfang fand ich's ein bisschen komisch, dass nur, ähm, so eine Runde, also, ein Spiel, sag ich jetzt mal, ähm, zwei Minuten so ungefähr dauern, ne? Aber, du hast so viele Rennen, ähm, dass das eigentlich ganz gut ist. Ich hab jetzt gesehen, dass du in Assassin's Creed drin warst. Ja, das war, das war sehr cool. Werden wir dann wahrscheinlich morgen wieder weiterzocken. Hm, spielen wir Stitch? Spielen wir Stitch, ja. Stitch muss ich hier spielen. Ich verstehe, was muss getan werden. Wie findest du das Neue? Ich fand den Anfang richtig cool. Ähm, man merkt, man merkt aber, dass es, dass es nicht so viele Features hat, wie, wie zum Beispiel ein Valhalla, ne? Also das merkt man schon, alleine schon, dass du feste Waffen hast, also nicht jetzt zum Beispiel ein Zweihandschwert oder ein Einhandschwert oder sowas. Du hast da wieder feste Waffen, ähm, ist halt kein RPG mehr, ne? Es ist eine kleinere Map, aber trotzdem gefällt es mir ganz gut eigentlich. Also der Anfang war richtig cool. So von der Story her auch, auch von der Grafik wieder super. Aber gut, ich meine, warum soll es schlechter sein als Valhalla, ne? Also grafikmäßig, da habe ich mir eh nichts anderes erwartet. Vor allem auch, äh, hier, ähm, Origins hat ja auch schon richtig gut ausgeschaut. In, in Ägypten. Das ist ja sehr, sehr speedy in Ägypten. Ägypten. I Nashikida, ikida, ikida, äh. Mit ihr? Ähm, 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 ähm. Ja, das spielt sich an. Ja, so Community-Abende mit dem Spiel. Da kann man auch coole Turniere oder sowas machen. Oshong bietet sich an, ja. Oh, wir haben neue Dailies bekommen. Was haben wir denn? Zwei haben wir direkt. Betäubung in einem Rennen drei Gegner. Okay. Gibt es nicht mehr Spieler? Ach, verdammt. Zu viel der Betäubung, das brauche ich. Vor allem das coole ist, in so Custom-Games kann man auch alle Fahrer spielen. Das heißt, man muss sie nicht selbst freischalten oder so. Das kann man in den Custom-Games dann, ja. Da müssen die Leute halt auch nicht alle freischalten. Das dauert schon sehr lange. Also es dauert sehr, sehr lange, bis du alle Charaktere freigeschalten hast, ne. Dafür muss man wirklich täglich spielen. Aber bei den Custom-Games zählt das nicht. Das heißt, da kann jeder jeden spielen. Ja, mit Controller sowieso. Ja, das ist ein Controller-Game. Das ist ja meistens so mit Rennen-Games, ne. Autsch. Oh, verdammt. Was fahre ich zusammen? Oh, no. Oh, das ist jetzt schlecht, dass der da so vorne. Ich muss das gewinnen. Jetzt zählen die Betäubungen nicht. Oh, das sieht gut aus. Oh. Oh. Sehr gut. Also ja, ich denke, man spielt. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch so ein Gewöhnungsding sein. Aber ich würde schon sagen, dass man mit Controller besser spielt und ein besseres Gefühl hat bei solchen Spielen. Ich meine, es gibt so kleine Tricks in dem Spiel. Was heißt Tricks? Nicht Tricks, aber die ist ja ein bisschen vereinfachen. Hier zum Beispiel automatisches Beschleunigen. Das heißt, der gibt immer Vollgas. Du musst eigentlich nur noch lenken. Also wenn du mit Tastatur spielst, dann würde ich das auf jeden Fall anmachen. Ich meine, ich spiele mit Controller und habe das auch an. Einfach um meine Taste nicht. Die ganze Zeit, wenn ich stundenlang spiele und die Taste reindrücke, ich will meinen Controller auch nicht so belasten, sage ich mal. Nicht, dass er da irgendwann früher oder später Meier geht. Geht das sowieso, aber man muss ja nicht übertreiben. Vor allem, ich habe die letzten zwei Jahre so viel Pech mit meinen Controllern. Allein deswegen. Ich habe wirklich so viel Pech mit meinen Controllern gehabt. Ich brauche eine Betäubung. Jetzt habe ich eine. Da, 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 da. Alles klar, Django. Mach's gut. Dir auch einen schönen Abend. Dankeschön. Da, 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 da. Das ist voll lustig, immer, wenn ich irgendwas am PC mache. Ist meine Hand immer auf WSD. Das ist bei mir auch. Das ist bei mir auch so. Mich hat mal, ich wurde sogar mal angesprochen. Ich wurde in der Arbeit sogar darauf mal angesprochen. So, ah, du bist Zocker, gell? Ich so, ja. Man erkennt direkt die anderen Zocker, ne? Zockerkrank. Ey, du machst das ja auch, du machst das auch komplett unbewusst irgendwie. So, keine Ahnung. Ich habe halt wirklich die Hand halt manchmal, manchmal auch auf WSD, ne? Alles klar, Bouncer. Danke nochmal für den Raid, gell? Und, äh, hier direkt mal ein Shoutout an Bouncer, gell? Schaut's vorbei. Beim lieben Bouncer. Danke dir nochmal für den Raid. Und, äh, ja. Wir hören und sehen, ne? Wir hören und sehen und sehen. Hand will direkt zocken, ne? Im Unterbewusstsein will wir direkt zocken. So, ich glaube, wir sind fertig mit den Events. Fürs Erste. Jetzt haben wir nochmal hier die Kisten. Warte mal, ich schaue nochmal kurz. Da bräuchte ich noch ein Rennen. Okay. Und wir haben ja heute auch noch hier regulierten Multiplayer. Den müsste ich auch wieder machen. Was haben wir hier? Porzellinchen ist diese Woche wieder dran. Okay. Ragi, servus. Ahoi, ahoi. Oder ist es Ragi? Ist es Ragi oder Ragi? Wie geht's hier? Alles tut die Wurte bei mir und selbst. Danke, danke. Englisch. Okay, Ragi. Ich will mein Bestes machen. Ich will mein Bestes machen. Ich will mein Bestes machen. Oho, diese Rage ist meine. Ich will mein Bestes machen. Okay. Ich will mein Bestes machen. Ich will mein Bestes machen. Ich will mein Bestes machen. Ich bin bereit. nochmal? Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Hilf mir auf die Sprünge. Wie ich vorankomme. Ah, okay. Man freut mich. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Ja, das Ding ist, wenn man neu ist in Speedstorm, man wird halt relativ erschlagen. Man kann sagen, man wird erschlagen mit vielen Events und Rennen und keine Ahnung was. Da erstmal den Überblick finden ist auch so eine Sache. Das kommt erst mit der Zeit. Wie was läuft und so. Es gibt schon sehr viel. Was man machen kann in dem Game. Aber ja, einfach dranbleiben und dann kommt dir alles von selbst. Domi, es ist Zeit. Ich will es erst gar nicht sagen. Du gehst jetzt schlafen. Entschuldigung. It's time. Meine Zeit ist gekommen. Du musst glauben. Meister Ugue. Meister! Gehst du schlafen oder was los jetzt? Ja. Alles gut. Schlaf dich aus erst. Nicht, dass du zu wenig schläfst, dann ist es auch scheiße am Morgen. Vor allem morgen ist eh der letzte Tag auch, dann übermorgen ist eh wieder Feiertag. Perfekt. Ist dann blöd, wenn du morgen müde bist und dann nicht lange machen kannst. Weil morgen ist der Tag, um lange zu machen. Weil übermorgen Feiertag ist. Deswegen alles gut. Leg dich ruhig hin. Und ja, wir sehen uns eh die Tage wieder oder je nachdem. Wie gesagt, ich habe es da eingeschrieben auf YouTube. So schnell laufe ich euch nicht davon. Man sieht sich bestimmt wieder. wie vorhin schon erwähnt. Ich bin seit acht Jahren hier und ich werde auch wahrscheinlich, wenn ich gesund bleibe und alles super ist, bin ich die nächsten acht Jahre auch hier. Bin ich bestimmt auch wieder dabei. Freut mich, freut mich. Ich warte. Entschuldigung. Ich warte. Ich warte. Ich warte, dass ich neue Pläne beszüge. Ich bin froh. Yo, Maschkut, den Nachschlapkut. Du 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 du! Dararara! Was? Vielleicht gibt es zur Belohnung wieder Brot, ein Laibbrot, will ich begrüßen, jetzt nach dem Rennen. Und gibt es Brot, nein bitte keine Energydrinks, verdammt, davon habe ich tausende, frech. Frech, frech, frech ist das, so, gut, liebe Leute, ich mache eine kurze Pause, ich bin gleich wieder da, ich gehe nur mein Getränk auffüllen und, also ich hole mir noch ein bisschen Wasser und ja, dann bin ich gleich wieder da, sagen wir bis gleich.